Hallo ihr Lieben, wir haben heute den 3. Dezember und die Elena wird für euch Türschen 3 öffnen und wir schauen mal, was sich dahinter verbirgt. In Türschen 3 hat sich ein Laufrad versteckt, wir bauen es zusammen und ich verabschiede mich von euch. Bis morgen. Sven, jetzt kommt doch endlich. Guten Morgen ihr lieben Kinder. Ups, komm ich helfe dir hoch. Ich bin aber auch ein kleiner Tollpatsch. Ich bin aber auch ein kleiner Tollpatsch.